Musik Die Vokatium Münsterland ist eine Schülerfachmesse für Ausbildung und Studium, organisiert vom Institut für Talententwicklung. Nun stand der Jahresempfang vor der Tür. Bisherige Entwicklungen, das Konzept und Daten der vergangenen Messe wurden präsentiert. Musik Heute hat unser Jahresempfang stattgefunden. Der Jahresempfang und der Auftakt der Vokatium Münsterland, wo wir natürlich auch einen Ausblick auf die Vokatium 220 gewagt haben und auch einen Rückblick auf die Vokatium 219 gegeben haben. Vertreterinnen und Vertreter der Schulen, Institutionen und Unternehmen kamen zusammen und beteiligten sich an regen Diskussionen. Dabei tauschten sie ihre bisherigen Erfahrungen aus und blickten gemeinsam in die Zukunft der nächsten Vokatium Münsterland. Erst einmal erwarten wir natürlich auch von den Ausstellern her, dass wir das Beratungsangebot natürlich umfangreicher noch gestalten werden. Und das wird durchaus der Fall sein, weil wir haben dementsprechend auch schon 90 Prozent von unserem Ausstellerziel aus dem Vorjahr erreicht. Und wir erwarten dementsprechend 90 bis 95 Aussteller. Insgesamt erwarten wir dementsprechend 3.600 Schüler, die auf der Messe sich dann zu den Beratungsangeboten der Aussteller informieren werden. Insgesamt sollen ca. 55 bis 60 Schulen besucht werden, um dann unser Schülerziel erreichen zu können. Mit einem erwartungsvollen Ausblick auf die kommende Messe neigte sich der Jahresauftakt dem Ende zu. Interessierte können sich auf den 16. und 17. September 2020 freuen, denn dann findet erneut in der Halle Münsterland die Vokatium Messe statt.